bist auch brav Sobald du näher kommst, kriegst du ja schon den Käfig wieder zu. Ich weiß, zwei Leute sind am Telefonieren, aber es ist egal. Hab dich jetzt drauf, fertig. Ah, nein, nicht mehr gucken. Guten Appetit, Angel, lass es dir schmecken. Na, dann versuch du mal das nach Frost zu holen. Hm, hm, hm. Ja. 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 Ja.